Hallo Feinde für weitere Alpenwelt LP ja wir hatten letzten mal hier ja gesagt wir machen ja dieses Ding hier oben für 24 die Prozent die Aktion Prozent Prozent aber dort ist vielleicht diese wochen auch haben wir schon eins und wir hatten dieses Projekt hier aber ich bin jetzt gerade wie teuer sind die normalen Frontmeerwerk 19 3,5 und das Nummer 2,5 Zahl 6, 3,1 das ist doch 3,1 und kostet nur 16 und ein paar 60 16 mal 70 das ist 6 das ist 3,6 70 und 22,000 3,6 3,6 hier 3,3 wisst ihr was wir kaufen uns vom Klaas dieses hier mit 3,6 verdicken uns das andere deswegen ist es zu klein und äh hier das ist ein das ist niekrieg und hier machen wir dann für einmal ein bisschen aufräumen hier mal komm hier räumen hier mal ein bisschen aufhör den behalten wir drin die behalten wir auch mal drin den behalten wir auch mal drin gut jetzt gehen wir mal gut abliefern äh wo können wir am besten und da war noch fest die Bahnhof fest wäre ein bisschen näher wir gehen mal zum Bahnhof fest also ist es wieder zu also zu getreidemühle verkehrsraudi verkehrsraudi was willst du gehen wir mal ein paar noch fest schauen wir mal ein bisschen auf der Klaas geht ups brauche ich nicht wenn ich hier drin ach ne noch mal warte bis der Zug kommt ach ne ne Leute na gut und das wird kurz leute da ist nicht kurz ganz kurz na lag was also bescheuern ist ja wenn ich die meisten gehen wir uns erstmals im supermarkt wir lassen uns supermarkt abladen du musst das diese walsch es geht um Hmm. Aber sonst, meine Räder sagen, eigentlich gefällt mir die Map. Ganz ehrlich. Das ist eigentlich eine schöne Map hier. Nord. Und man bemerkt schon, ich halte mich über andere die Verkehrsregeln. Und im LS muss man sich eigentlich an die Verkehrsregeln halten, hat er gesagt. Ich bin sofort gewogen. Schon zieht. Ich meine Gerni-Händen zu den Zahndorf. Wir wollen, komm auf die Hügel. Die Winter am Hintern vorbei. mal schauen wir haben können na gut der fehler ist der letzten wohl gar nicht verbessern aber er kommt dann schon noch rein aber ich bin ja auch allgemein die schaden sie ja sind die bisschen geld gut weit jetzt wo das hinten ging war wissen blöd aber Ja. Warte mal. Ballentechnik. Rundballen. Fünfzig. 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 Wisst ihr was? Wir mieten hier den mal noch. Wir mieten den hier. Ja. Na gut, den gehen wir Unzwein. Das Zeug mal da holen ihn unten. aber wir haben unser Baller und nicht davon er kommt jetzt erst die maschine das ist Ich muss die Zeit schuhen. Ui! Nicht im realen Nachmachen. Was ist hier? Jetzt ist es nachher. Ich muss nur Kulivereien ins Mauslein. Wir brauchten der und 30. Und wir haben einer. Und da sind wir wieder bei einer hier. Ah, gut. Okay. Wissen Sie was, wir mieten unsere kleinen hier. Wie viel da ist er wird in der miete? Und jetzt kommt der wir mieten uns den hier noch schnell ist ja nicht zu teuer also den hier in der kauf gut er hat ja nicht zu viel PS, wieviel hat der? 150 sie weiß nicht, kauf in den komm machen wir so, dann hängen wir den hier an den Sammelwagen an an unseren Gemieteten weiß ein bisschen wie geht das gegen uns, er sollte vermieten jetzt machen sie so dann hängen wir uns den an den gemieteten Ballensammelwagen hin dann und dann schau, das sind die hier dran und äh, ich mache am kleinen am kleinen hin das ist mir glaube ich, das ist abgewogen aber wenn wir hier rauf da sind wir gerade kröchig rein kommen wir gleich mit der Ballenbrüste hin aber sonst noch, was braucht man irgendwas ne gehen wir mit dem anderen gerade direkt hin und ähm ja machen wir es so ich hoffe nicht, dass wir jetzt hier das fahren ne, es hält wieder auf gut gehen ja gut, die Gravel ist ein bisschen verpackt hier aber eigentlich steht das hier, das ist recht grad also man sollte ja knapp ab hier anfangen, ne hier etwa soll sie so anfangen wir gehen jetzt nach vorne, schauen wir mal kurz auf die Zeit ja ja ich sollte es eigentlich dann, äh, auch gut, denn durch sein, sind wir dann durch hier auch knapp aber wie gesagt, hier noch kurz nach vorne äh, ja ich habe mir hier noch kurz die Beine pressen noch schnell ich werde in der nächsten Folge hoffe nicht, dass wir jetzt zu viel haben hier das ist ja auch noch ein schönes Land hier dann brauchen wir jetzt noch Kohle also, würde ich sagen, das war schon mit dieser Folge hier wenn ich euch gefallen hat, lasst, bieten, fänden, daumen nach oben da äh, ja ich schreibe in die Kommentare, wenn ihr das findet, das Projekt äh, ja schaut, dass ich sonst viele Videos gemacht habe dann schaue ich daumen nach oben bitte wenn du noch kein Abonnent bist, bitte abonniere mich wenn du noch ein Abonnent bist, aktiviere die Glocke, um nichts weiter zu verpassen äh, folge mich bitte auf Twitter und Instagram das ist mein Titelbiet über den Abonnier-Button jetzt ist auch mein Zweikanal für den Simulator-LP schaue ich mal da, weil es sich denn für Videos, das ist es geht und sonst halt, dass ich sonst viele Videos, das ich gemacht habe und, ja dann tschau, Leute